So, Dilaras Gefängniszelle finden. Oder Dilara. Kein Plan. Immer diese ganzen Namen. Äh, Warnung, Sperrgebiet und so, ne? Oh, da funkelt was. Nehmen wir gleich mal mit. Na super, das ist ja gelohnt hier. Pulvervollhalter war doch noch was, oder? Ah, was bist du denn? Ein Datenfragment. Jetzt haben wir schon 12 von 100. Jetzt geht es schon mal ein bisschen mehr voran, als wie vorher. Hier soll schon mal was Positives, ne? Auch da ist es ja schon, dass wir einfach... Zack. Oh, Moinsinn. Wie lange noch bis meine Soldaten mit diesen Waffen umgehen können? Höchstens ein paar Wochen. Die Anitscharen wissen, dass ich sie betrogen habe. Doch verfügen sie über die Mittel, sich zu rächen? Fraglich. Das Sultans Zwist mit Selim beansprucht ihre Aufmerksamkeit. Was ist das für ein Gestank? Entschuldigt, Manuel. Diese osmanischen Gefangenen sind leider oft so... zerbrechlich. Schakulu, so mäßig doch euren Ärger. Für wahr, der Sultan erniedrigt euer Volk. Doch das ist kein Grund, auf Menschen zu spucken, die am Boden liegen. Hm, ihr da. Holt die Frau aus dem Gefängnis und bringt sie zur Kapelle. Schakulu, ich hab keinen Schlüssel. Finde ihn. Wer hat den Schlüssel? Du? Ich glaube, Nikolaus hat ihn. Er hat frei und ist auf dem Markt. Aha. Zum Markt gehen und die Wache finden, die im Besitz des Gefängnisschusses ist. Erstmal schön vorher stehen, bevor die das machen. Das machen wir natürlich gerne, ne? Einen schönen Spaß verderben. Ja, ja, doch. Oh, oh, wie? Ja, uh, ha. Uh, ha, hey, uh, ha. So. Okay, da sind überall Wachen. Ich kletter einfach mal hier weiter. Wie, ha, ha, dumm, da, dumm, dumm. So, und Seilbandel. Natürlich, ne? Ist immer dabei. Die darf nicht fehlen. Moinsen. Ich geh mal weg. Ja, tut mir leid. So, wie finde ich denn die jetzt hier? Ah, okay. Ich verstehe. Welche ist es? Welche ist es? Na toll. Die da? Ah. Wie jeden Preis den Gefängnisschlüssel beschaffen. Wie will ich das machen? Stehlen. Dü, 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 dü. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, ja. Ich war das alles gar nicht. Den hat's dann auch noch voll so nach vorne geh. Gefetzt. Und der hat doch... Da war doch überhaupt nichts. Hat mich nur einer geschubst, ne? Ach ja, dieses Spiel. Manchmal doch fragwürdig. Na gut, hier klau ich nix. Da sind überall Wachen. Kannst du ja vergessen, dass ich da irgendwas reiß. Schalom. Ho. Ho. Okay. Wie komm ich denn jetzt wieder da hoch? Ist natürlich die Preisfrage jetzt, ne? Ich glaub hier, oder? Ja komm, kann's doch ein bisschen schneller gehen. Ja, also... Ja, das ist... Oh. Ja, du hast auf jeden Fall viel hier zu kaufen, wie ich sehe. Zu verkaufen, meine ich. Also... Habe da, habe da. Ich will da hoch wieder. Was ist denn? Ah, okay. Komme ich da zufällig irgendwie hoch? Nö. Gut, hier ist eine Leiter. Gut, die kann man auch ganz toll nutzen. Aber hier. So gefällt mir das natürlich schon viel besser. Gut. Äh, und jetzt hier wieder hoch. Genau. Schön an den Wachen vorbei. Flitzen. Und den Weg kennen wir ja, ne? So ist es ja nicht. Hm. Hm. Nom, 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 nom. So. Meine Damen und Herren. Ihr habt euch Zeit gelassen. Ja. Pff. Hm. Hm. Der turkmenische Abtrünnige war das. Shakulu. Ich bring ihn um. Wartet. Man, man, man. Diese Frau hier. Datenbanken. Tabulato machen wir mal ganz kurz. Können wir mal durchlesen, was die Frau alles so an sich hat. So als türkische Frau, die im Harem von Topkapi geboren war, geboren worden war, wurde Dilara von klein auf dazu erzogen, den Sultan und seine Familie zu erinnern, die im Land nichts als einen tüchtigen Ehemann und einen gehobenen Status anzustreben. Diese starken Grenzen wurden ja allerdings weder gerecht noch, äh, stellten sie sich zufrieden und so erwarb sich, äh, sie sich schnell zum Ruf, bla, 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 bla. Also, Tariq wa Dilaras, hame, 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 so. Geduk von Dilara. Jawohl, 100 Zink wie immer. Jetzt geht's aber los, jetzt sind wir die Oberpros hier. Nach neun Stunden, wurde ja mal mit, wurde ja mal mit Zeit hier. So. Ich habe ja außerdem ganz vergessen, wo wir jetzt lang müssen. Also, ähm, ne. Ich gucke, glaube ich, ganz, ganz kurz jetzt mal nach. Moment. So. Ach ja, gar kein Ziel, okay. Einfach zum Ausrufezeichen anscheinend. Oh, außerdem sind da Wachen. Dü, 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 dü. Ja, ja, alles wird gut. So. Eie, was war das denn? Psst. Vielleicht sollte ich doch besser wieder trinken. Ja, äh, trinken ist immer ne Lösung, ne. Also, Multivitaminsaft und so, ne. Mit wertvollen Metaminen und wertvollen Nährstoffen, so. Ja, hier, ne. Unter uns ist Gemüse und so, wenn man von Teufel spricht. Wo auch, mh, hallo junge Dame. So, oben, unten, links, rechts. Was ist denn hier eigentlich? Kann ich doch mal gucken? Was soll denn hier sein? Was ist denn das für ne Party? Ach, Moinsinn. Oh, Ubi ist schon bereit hier, oder was? Hm, da muss der Ezio natürlich ran, ne. So. Ich? Ich muss den jetzt wieder töten? Ach, ihr seid doch alle behindert hier. So, äh, Shakulu folgt, hat die, die übrigen osmanischen Gefangenen, eliminieren sie Shakulu, äh, bevor weiter von ihnen sterben. Ja, super. Gut, die Gewehrschütze zum Schweigen bringen, ohne Alarm auszulösen. Okay. Ich geh jetzt einfach mal nach vorne. Muss ich hier dann? Ich weiß es doch selber nicht. Scheiße. Jedenfalls sind wir da schon mal richtig, glaube ich. Habe ich denn... Scheiße, ich habe keine Wurfmesser, ich habe gar nichts. Giftpfeile. Probier ich die einfach mal. Scheiße, 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 scheiße. Janos darf nicht getötet werden. Was soll ich die denn töten, Junge? Kann ich da rüberjumpen? Pam. Pam. Gut. Das ist schon mal geklappt. Ups. Zack, du auch. Okay. Jetzt sagen hier. Okay, Janos, das schaffst du. Überleb einfach. Ich werde dich retten. Ja, für den Schatz haben wir da unten jetzt keine Zeit, leider. Komm. Und. Zack, Junge. Jetzt Sharko eliminieren, willst du mich komplett verarschen, oder was? Heia. Oh. Ach so. Oh, nö, oder? Ich dachte, ich kann jetzt hier heldenhaft runterspringen. Dabei muss ich den wieder sneaky, sneaky töten, oder was? Gut, jetzt weiß ich wenigstens, wie das geht hier. Jetzt müsste das ganz easy gehen hier. Ja, komm, lass schneller, Junge. So, ich gehe jetzt hier ultra schnell jetzt. Zack, zack, zack. Ruck, zuck muss das jetzt gehen hier. Und dann hier rüber, jumpen. Und dann, zack. Komm, gehen wir ja auf den Sack hier. Geh aus dem Weg. Uiuiuiui. Ich kletterte wieder ganz woanders. Und jetzt, zack. Und jetzt hier rüber. Du bist jetzt natürlich hier auch tot, zack. Was soll ich den denn dann töten? Heiliger Bindon. Komm. Zack. Pam. So, Shaku, Shakulu eliminieren. Wie soll das gehen? Wie will ich das machen? Das hat doch was damit zu tun, oder nicht? Wie soll das denn denn gehen? Ja, wie, wie denn? Ich verstehe es. Ich verstehe es echt nicht. Ich will den dann töten. Ich versuche es jetzt nochmal. Boah, das ist ja wieder so eine nervige Mission, weißt du. Ja, waren nur nicht entdeckt werden. Haha, okay. Er war ja lustig. Ei, 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 ei. Ja, genau. Boah. Boah, Alter. Mein Gott. Jetzt mach hin. Ja, kletter irgendwo, wo du hinklettern sollst. Alter. Ich fang nicht, wie ich den noch umbringen soll. Komm. Wir sterben. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ja, mach doch nicht so lang rum, Alter. Boah, was wird das denn jetzt hier wieder für eine unnötige Aktion? Komm. Jetzt muss ich hier irgendwas aufheben. Ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit. Okay. Okay. Das war... So. Und jetzt du. Jetzt muss ich auch das Gewehr aufheben, wer weiß. Muss ich das? Nö, anscheinend nicht. Kann ich den hier von... Ah, ah, aha, jawohl. Sagt's doch gleich, meine Güte. Männer, die aus Freude zum Mörder werden, verdienen keine Gnade. Oh. Pam. Hä? Wie hat er das überlebt? Nee, oder? Ach, du Scheiße.